Okay. Ja, also was ist denn jetzt eigentlich Closure? Also mit J Closure. Es ist also ein Lisp-Dialekt, der aus praktischen Beweggründen in die Welt gesetzt wurde. Also Rich Hickey wollte ein Lisp-Dialekt, der auf der JVM läuft und gut mit der JVM zusammenarbeitet, wo man also ohne viel Aufwand JVM, also Java-Bibliotheken einfach verwenden kann. Da gibt es also einfach Syntax, um zu sagen, ich will jetzt an einem Java-Objekt eine Methode aufwenden zum Beispiel. Man muss da nicht irgendwie Foreign-Function-Interface, irgendwas generieren lassen vorher oder so. Es geht einfach so. Okay, es ist dynamisch getypt. Ist einfach so. Das sind die meisten Lisps. Es gibt einen statisch getypten Dialekt dieser Sprache. Das ist, glaube ich, ein Forschungsprojekt. Das heißt Typed Closure. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr einfach mal selber gucken. Okay, dann gibt es diesen Read-Eval-Print-Loop. Ich glaube, das demonstriere ich einfach mal ganz kurz, damit ihr versteht, was ich damit meine. Also in allen Umgebungen, in denen ihr so mit Lisp arbeitet, könnt ihr eigentlich so gut wie immer irgendwelche Ausdrücke eingeben, auf irgendeine Taste drücken und dann wird das ausgewertet, was ihr eingegeben habt und es kommt ein Ergebnis raus. Das ist jetzt hier in meinem Fall, in diesem Editor ist es die F12-Taste. In anderen Editoren ist es halt eine andere Taste. Aber das kann man eigentlich immer so machen, dass ich sage, ich gebe was ein, es wird ausgerechnet, Ergebnis wird ausgespuckt und dann kann ich wieder was eingeben, wenn ich will. Wenn ihr hier irgendwas eingebt, was unendlich lange zu berechnen dauert, dann wird meine IDE einfrieren. Dann müsst ihr die mit dem Taskmanager killen. Also tut es bitte nicht. Keine Endlosschleifen. Okay, ist ja nur ein Hobbyprojekt hier. In echten Ideen ist es natürlich kein Problem. Dann könnt ihr das einfach selber killen. Okay, schön. Könnt ihr vielleicht einfach mal ausbilden, ob das bei euch funktioniert, wenn ihr das Jar runtergeladen habt. Klammer auf, plus ein, zwei, Klammer zu und dann entweder hier hinter der Klammer oder irgendwo in dem Ausdruck mal auf die F12-Taste drücken, ob dann das rauskommt, was ihr da unten seht. Und da das explizit eine IDE ist für Leute, die Java kennen, schreibe ich hier auch immer den Ergebnistyp hin. Das ist also wirklich so mit der JVM integriert, dass da nicht so ein Spezial-Closure-Typ zurückkommt, sondern es ist einfach ein normaler Java-Lang-Long, also so ein geboxter Long, der da zurückkommt. Ja, okay. Und auch zum Beispiel ein String. Ich kann ja vielleicht mal hier haben wir zum Beispiel mal ein String. Das ist ein ganz normaler Java-Lang-String. Viele Programmiersprachen bauen da nochmal weitere Typen drumherum, damit man noch andere Dinge damit machen kann. Das ist hier also eher nicht so die Tendenz. Okay, genau. Und warum will man sowas haben? Das ist einfach nett, um ganz schnell mal was auszuprobieren. Das kann man ja theoretisch auch... Habe ich dann irgendwann noch das Konsole? Genau, das kann man ja theoretisch auch mit Java machen. Kurz warten, ist hochgefahren. Genau, ich kann ja auch hier in dieser J-Shade zum Beispiel 1 plus 2 eingeben. Und dann sehe ich als Ergebnis 3 und mein Prompt verschwindet. Okay, interessant. Aber das ist jetzt nichts, was man ständig macht als Java-Programmierer. Ich benutze die J-Shale eigentlich nur, um erst Semestern schnell mal so ein paar Ausdrücke zu zeigen. Dann bin ich meistens auch wieder ganz schnell raus aus dieser J-Shale. Okay. Dass man also so ein Read-Eval-Print-Loop in Lisp-Dialekt ist dagegen völlig normal. Das ist Teil des Entwicklungsalltags. Und man braucht es auch im gewissen Sinne, weil wenn man jetzt kein statisches Typsystem hat, was einem so über die Schulter guckt, man will ja trotzdem Feedback über seinen Code haben. Ich will jetzt nicht erst mal eine halbe Stunde Code schreiben und dann auf irgendeinen Button drücken und dann wird das Programm gestartet. Sondern im Hintergrund läuft jetzt die ganze Zeit die Java-Wortual-Machine und ich kann ab und zu sagen, jetzt will ich mal wieder was auswerten und so weiter. Also es passiert ziemlich selten, dass man länger als eine Minute Code schreibt, ohne den auch wirklich auszuführen. Man muss also nicht erst einen Anwendungs-Server runterfahren und wieder hochfahren oder irgendwas. Es ist die ganze Zeit live sozusagen. Okay. Und das macht es für mich persönlich mit meinem statisch typisierten Hintergrund auch so ein bisschen schluckbarer, dieser Ansatz. Also ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde einem Java-Programmierer, wir gucken uns deinen normalen, wie soll ich sagen, IDE-Alltag so an und nehmen mal dein statisches Typsystem weg. Da würde jeder sagen, warum? Also da habe ich doch nichts von. Also es hat ja nur Nachteile und während ich mein Programm schreibe, weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr, was eigentlich los ist. Und ich muss jedes Mal das Programm starten, um zu sehen, ob irgendwas funktioniert. Da wäre, glaube ich, jeder auf euch sauer. Also das ist so ein bisschen eine Möglichkeit für mich zumindest gewesen, um zu sagen, ich kann damit irgendwie umgehen. Okay. Closure ist keine interpretierte Programmiersprache. Es wird zur Laufzeit kompiliert. Also jedes Mal, wenn ihr irgendeine Funktion schreibt und auf F12 drückt, dann wird tatsächlich ein Objekt daraus kompiliert, das diese Funktion darstellt zum Beispiel. Und man kann aber auch sagen, ich habe jetzt einen Stand in meinem Projekt, wo ich das deployen will. Dann könnt ihr auch sagen, ich lasse jetzt den Compiler loslaufen und lasse mir Class-Files generieren und die werden dann deployed. Tatsächlich ist es eher ungewöhnlich. Man deployed eher gerne Closure-Quelltext, der zur Laufzeit kompiliert wird. Aber man kann das, wenn man will, auch vorher kompilieren. Okay. Und dann dieses Code is Data. Da habe ich nachher noch mehr zu. Vielleicht schon mal so einen ganz kleinen Vorgeschmack. Also wenn ihr zum Beispiel in Java sowas schreibt wie, ich rufe eine Funktion F aus oder ich rufe eine Funktion F aus. Das ist jetzt Java-Syntax. Was passiert dann? Ich rufe die Funktion F auf und wenn da True zurückkommt, dann wird die G-Funktion nicht mehr aufgerufen. Das wisst ihr hoffentlich. Das ist das Short-Circuiting. Und das ist eben was ganz Spezielles. Das ist in Java eingebaut, dass es diesen Operator gibt und dass er eben diese Funktionsweise hat. In Closure würde man also sagen, oder FG, einfach leicht andere Klammersetzung, hat im Prinzip dieselbe Bedeutung. Aber das Interessante ist, dass oder ist nicht hart in den Sprachkern eingebaut, sondern ich kann mit der rechten Maustaste zum Beispiel raufklicken und sehe jetzt hier unten in meine IDE, wie dieses oder definiert ist. Das ist ein Makro. Hier seht ihr so ein bisschen die Beschreibung des Makros. Das heißt, die Eigenschaft, dass es dieses Short-Circuiting gibt, müsste ja eigentlich irgendwo stehen. If a form returns a logical True Value, äh, returns that, verstehe ich den Satz gerade richtig? Lass mich den einmal lesen. From left to right. If a form returns a logical True Value, all returns that value and doesn't evaluate any of the other. Ich glaube, dieses Wort stimmt hier einfach nicht, oder? Müsste da nicht it stehen? It returns that value and doesn't evaluate any of the other expression. Ach so, er meint damit die Funktion or. Ich dachte, es ist das englische or gemeint. Okay, die Funktion, in die wir uns gerade befinden, die return dann diesen Wert. Hier hätte man gerne einen anderen Font, aber das geht natürlich nicht in einem String einfach. Okay, also die Eigenschaft dieses Short-Circuitings könnt ihr hier einfach im Java-Doc sozusagen nachlesen. Ja, das ist ein sogenannter Dock-String, nennt man das in Closure. Okay, und ihr könnt sogar nachgucken, wie es gebaut ist. Das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht verstehen, was hier steht, aber man kann theoretisch nachgucken, wie es gebaut ist. Und wenn es dieses oder nicht geben würde, und ihr würdet sowas brauchen, dann könntet ihr euch das selber bauen. Ja, also vielleicht habt ihr irgendeine andere boolische Funktion vor Augen, die ihr gerne hättet. Vielleicht so eine Implikation, wie es die zum Beispiel in Eifel gibt. Dann könnt ihr euch einfach ein Makro dafür bauen und schon schwupps ist es da. Ihr müsst dafür nicht Compiler-Plugins schreiben oder irgendwas. Die Makros sind sozusagen die Live-Compiler-Plugins, die immer da sind. Okay, ja, und erstaunlich viel ist in Closure ein Makro. Die Tastenanschläge nicht so aufs interne Mikro. Ja, tut mir leid, die Tastenanschläge hört ihr jetzt sehr laut. Ich hoffe, dass die auf der Aufnahme nicht so laut sind, weil ich da einen recht modernen Noise-Filter habe. Das tut mir leid. Okay, gut. Das mal so als kleiner Vorgeschmack. Das gibt natürlich noch viel krassere Makros. Okay. Jetzt zum Thema funktionale Programmierung. Da wird also dieser Aspekt von oben, diese dritte Zutat, recht stark hervorgehoben, wo ich also sage, ich möchte möglichst viele Funktionen schreiben, die Werte reinkriegen und Werte wieder rausgeben und möglichst wenig Stellen in meinem Code haben, wo wirklich Veränderungen gemacht werden. Warum macht man das eigentlich? Also das ist, ja, es geht jetzt leider doch wieder so ein bisschen in Richtung Propaganda. Also die Propaganda der funktionalen Programmierung ist eben, je mehr eure Funktionen pur sind und je weniger von eurem Code sich mit Zustand beschäftigt, desto einfacher ist, euer Code zu verstehen, desto einfacher ist er zu testen. So, das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Könnt ihr euch ja selber überlegen, ob ihr das genauso seht. Wir werden heute uns ja noch so ein bisschen mal an Code-Beispiele ranwagen. Okay, genau. Was man aber auch nicht missverstehen sollte, das heißt also nicht, dass euer Programm nur noch aus puren Funktionen ohne Seiteneffekten besteht. Das wäre ja komplett sinnbefreit. Also man muss ja letzten Endes irgendwann mal einen HTTP-Request losschicken oder was in die Datenbank schreiben oder irgendwas. Man will es nur als sozusagen, man will eine Disziplin dafür haben. Und man kann, es gibt also gewisse Konstrukte und Closure, mit denen man Veränderungen sinnvoll modellieren kann. Also das, was in Java die Zuweisung ist, dafür gibt es hier gleich eine Handvoll Abstraktionen für. Schauen wir uns auch im Detail an. Aber tatsächlich einfach nur so ein Zuweisungsoperator. Dass ich sage, ich habe hier nur lokale Variablen und ich will da jetzt was anderes drin speichern, das geht nicht. Also zum Beispiel lokale Variablen sind immer feine, wenn man so will. Ja, deswegen werden sie auch gerne Bindings statt Variablen genannt. Okay. Ach ja, eins meiner Lieblingsthemen. Die Nebenläufigkeit. Es gibt so zwei wichtige Dokumente, finde ich, die Nebenläufigkeit mit Java behandeln. Natürlich einmal die offizielle Java Language Specification, Kapitel 17.4 Memory Model. Da wird also beschrieben, was bedeutet es eigentlich, wenn ein Thread eine Zuweisung macht? Sehen andere Threads dann? Wenn ja, wann? Das können wir uns gleich mal kurz angucken, so als kleine Abschreckung. Das versteht aber ein Normalsterblicher nicht. Das sind 15 Seiten, die aus einer Doktorarbeit entnommen sind. Mit ganz vielen Formeln und mathematischen Symbolen. Und es gibt noch so ein Buch, das würde ich eigentlich jedem Java-Programmierer mal empfehlen. Das Problem ist, wenn man dieses Buch einmal gelesen hat, dann denkt man sich, ach du Scheiße, was habe ich denn bis jetzt alles so gemacht, was eigentlich gar nicht so gut und erlaubt war, aber zufällig trotzdem geklappt hat. Ja. Okay, wir können ja einmal in diese JLS reingucken. So, und ich versuche jetzt wieder nicht zu tippen. So sieht sie also aus. 844 Seiten. Und irgendwo ist hier das Kapitel 17, Threads and Logs, also das ganze Kapitel 17 ist wichtig für Nebenläufigkeit, aber ich glaube, die meisten Kapitel wundern einen jetzt nicht so. Also das ist was, wie Threads und Logs sieht, das kennt man ja aus dem Studium und Synchronisierung. Klar, verstehe ich Schlafen, verstehe ich vielleicht auch noch Final, habe ich auch schon mal gehört. Dass Doubles und Logs nicht atomar sind, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Aber dieses Memory Model, das finde ich interessant. Also vielleicht, falls jemand von euch sich schon mal dieses Kapitel 17.4 angeguckt hat, schreibt mal in den Chat 17.4, das würde mich einfach mal interessieren. So, dann klicke ich da jetzt einfach mal rauf und mache das Ganze mal ein bisschen größer. Es gibt hier einfach ein tolles Beispiel, was man einfach mal gesehen haben sollte. Okay, also was ist das hier für ein Beispiel? Man hat also lokale Variablen R1 und R2, jeweils in verschiedenen Threads. Und man hat Variablen, auf die beide zugreifen können. Wahrscheinlich sind das irgendwelche Zustandsfelder oder so. Die heißen A und B. Und am Anfang seien A und B beide 0. Ja, weil das vielleicht die Default-Werte von den Zustandsfeldern sind. Okay, und in dem einen Thread sagt man jetzt, ich möchte dieses A lesen und anschließend das B beschreiben. Und in dem anderen Thread sagt man, ich will das B lesen und anschließend das A beschreiben. Das heißt also, das, was der eine Thread beschreibt, will der andere lesen. Und hier eben genauso. Ja, und jetzt wird man denken, gut, wenn das jetzt irgendwie ausgeführt wird, von oben nach unten, irgendwie beliebig verschachtelt. Da kann man sich überlegen, in welchen Permutationen das alles passieren kann. Aber es wird ja wohl zuerst entweder diese Anweisung ausgeführt oder zuerst diese Anweisung ausgeführt. Alles andere wäre ja irgendwie komisch. Okay. Das heißt, von R1 und R2, einer der beiden Werte sollte eigentlich der Startwert sein von A und B. Also man sollte eigentlich nicht erwarten, dass beide... Achso, sorry, hier wird eine 2 reingeschimmst, statt eine 1. Also dass beide nicht den Wert 0 haben. Das würde man eigentlich nicht erwarten. Tatsächlich geht das aber. Und das hat vielfältige Begründungsmöglichkeiten. Also die eine Möglichkeit, das zu begründen, ist zu sagen, der Java-Compiler kann hier raufgucken und sagen, diese beiden Anweisungen kommen sich ja gar nicht ins Gehege. Ich könnte die auch umtauschen. Ich könnte erst die zweite ausführen und dann die erste. Das wird ja niemand merken in einem Single-Threaded-Szenario. Und genauso auch hier. Ein Compiler darf Reordern im Programm vornehmen unter der Annahme, dass nur ein Thread interessant ist. Wenn ich nicht entsprechende Synchronisierungsmaßnahmen treffe. Das ist also die eine Möglichkeit. Der Java-Compiler kann das machen. Die nächste Möglichkeit ist, der Hotspot-Compiler kann das machen. Du kannst sagen, nee, der Bytecode sieht noch ganz normal aus wie der Source-Code. Aber der Hotspot-Compiler sagt dann, ah, ich laufe auf einer ARM-64-Bla-Architektur. Aus irgendeinem Grund ist es sinnvoller, erst diese Anweisung auszuführen statt dieser. Und dann darf der Hotspot-Compiler das genauso umdrehen. Könnte man jetzt sagen, gut, dann bauen wir halt Compiler, die sowas nicht machen. Verzichten wir auf ein bisschen mögliche Performance. Aber dann ist es vielleicht für uns nachvollziehbarer. Selbst wenn definitiv diese Anweisung zuerst im Thread ausgeführt wird und danach diese. Also wirklich physikalisch. Ihr guckt in den Prozessor rein und seht, dass die zuerst ausgeführt wird und dann die und hier genauso. Kann es trotzdem passieren, dass es zu diesem merkwürdigen Effekt kommt. Und ganz einfach durch die einfache Tatsache, dass man sich die Frage stellen muss, was bedeutet denn so eine Zuweisung? So eine Zuweisung bedeutet ja erstmal nur, der Prozessor oder Prozessorkern, der das ausführt, der weiß jetzt Bescheid, dass die 1 in dem B gespeichert ist. Aber es gibt ja noch First-Level-Cache, Second-Level-Cache, Third-Level-Cache. Und bis das irgendwann mal auf einer Cache-Ebene angekommen ist, die auch ein anderer Thread sehen kann, weil der Thread vielleicht auf einem anderen Kern läuft, da kann beliebig viel Zeit vergehen. Ja. Und das ist eben so ein Problem, das ist sehr technisch begründet. Wenn man also Java lernt, lernt man so, ach, das ist ja alles so wolkig und fluffig und Regenbögen und Einhörner. Ich verstehe Objekte. Das ist ja wie ein Objekt in der echten Welt. Und wenn es dann so um das Thema Nebenläufigkeit geht, wird es auf einmal sehr, sehr technisch. Ja. Und wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen rauszoomen und gucken, was muss ich denn alles verstehen für dieses Memory-Model? Ja, also wie gesagt, das sind 15 Seiten. Wir können ja mal immer so ein paar Sekunden gucken. Okay, das sind ja noch normale deutsche Sätze. Das sieht auch noch alles nach Englisch aus. Okay, hier werden so ein paar Definitionen eingeführt. Was bedeutet es zu lesen? Was bedeutet es zu schreiben? Was ist eine Synchronisierung? Das ist ja auch noch irgendwie Englisch. Jetzt wird es hier schon so langsam, erinnert man sich vielleicht so an formale Grundlagen der Informatik, wo immer so Tupel definiert wurden. Was dann diese Tupel bedeuten? Dann werden hier verschiedene Program-Orders definiert. Okay, das sieht hauptsächlich Englisch aus. Das kommen jetzt hier schon solche komischen Relationen, die man verstehen muss. Okay, das sieht für mich auch noch einigermaßen Englisch aus. Jetzt wird es hier so langsam korrekt. Es wird also über Korrektheit geredet. Okay, was kommt als nächstes? Okay, aha. Gut, das sieht auch wieder aus wie ein FGI-Skript. Gut, jetzt wird das Tupel noch komplizierter. Gut, gucken wir nochmal weiter. Jetzt kommen hier langsam so komische mathematische Zeichen, wo man sich fragt, was die wohl bedeuten. Hier oben haben wir dann wieder dieses Tupel. Okay. Ah, jetzt kommen hier noch so Mengen-Operationen hinzu und weitere Mathematik. Verstehe. Ja, also sowas liest sich kein Java-Programmierer durch. Garantiere ich euch. Garantiere euch, niemand in unserer Firma hat sich das jemals durchgelesen. Und ich auch nicht. Ich finde das einfach abschreitend. Ja. Okay. Vielleicht lest ihr es ja irgendwann mal selber und versteht es zu einem gewissen Grad. Ansonsten würde ich euch einfach mal empfehlen, kauft euch dieses Buch oder leitet es euch von mir zum Beispiel. Da wird einfach diese ganze Mathematik und diese ganze Theorie in Kochrezeptregeln umgewandelt. Mache dies und mache nicht das, dann bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Wirklich ein schönes Buch. Aber man wundert sich, was man vorher alles falsch gemacht hat oder falsch verstanden hat. Okay. Und Closure verspricht einem, du musst weder dieses Kapitel gelesen haben, noch dieses Buch. Ich kann dir in fünf Minuten erklären, wie meine Nebenläufigkeit funktioniert. Das klingt dann gut, wenn man sich wirklich mal intensiv mit diesem ganzen Kram hier beschäftigt hat. Normalerweise kommt jetzt ein Senior und sagt, Fred, wir arbeiten mit Spring Boot. Spring Boot verwaltet die Threads. Du musst keine Threads erzeugen, du musst nicht synchronisieren. Solange du nicht in irgendwelchen statischen Variablen was ablegst, haben wir doch keine Probleme. Stimmt. Also wenn man sich an gewisse Konventionen oder Restriktionen hält und gewisse Dinge nicht macht, hat man keine Probleme. Top. Das Problem ist, viele Programmierer wissen einfach gar nicht, dass es diese Probleme gibt. Also ich habe schon so häufig gesehen, dass dann eben doch irgendwo was in eine statische Variable gespeichert wurde, wenn man sich irgendwas merken will oder so und sei es auch nur kurzfristig. Und es gibt ja eben null Garantien, dass andere Threads das sehen werden, was ihr da reinschreibt. Ja. Okay. Gut. Dann ist immer so eine spannende Frage bei Programmiersprachen. Wie sieht es eigentlich mit der Entwicklung dieser Sprache aus? Kommt da alle sechs Monate eine neue Version? Wie viele neue Features sind da drin? Wann kriegen wir endlich Feature X? Wann kriegen wir endlich Feature Y? In Lisp-Dialekten ist es eigentlich fast immer so, es kommt eine Version 1.0 auf den Markt und dann kommen noch so ein, zwei, drei interessante Features in den nächsten zehn Jahren und eigentlich war es das dann im Wesentlichen. Also ich habe mir so aus dem Kopf überlegt, was sind so interessante Features, die in Clojure noch dazugekommen sind. Das ist im Wesentlichen in der Standardbibliothek, das ist auch im Wesentlichen in der Standardbibliothek, das auch, das eigentlich auch. Also eigentlich ist das alles so Standardbibliothek. Natürlich gibt es kleine Änderungen im Kern, wo man so ein bisschen sich was überlegt, aber es ist nicht so, dass man jetzt sagt, oh, wir feiern eine Party, weil wir jetzt endlich eine For-Each-Schleife haben oder wir feiern eine Party, weil wir jetzt endlich einen Try with Resources haben. Das sind einfach alles nur Makros. Also wenn ihr irgendwie ein zehn Jahre altes Clojure-Buch habt oder euch einen zehn Jahre alten Clojure-Talk anschaut auf YouTube, das meiste davon ist noch genauso relevant wie heute. Also ja, das finde ich eigentlich ganz nett. Das ist so, ein bisschen in Go ist es ja so ähnlich, Go kriegt ja quasi nie neue Features, immer nur schnellere Garbage-Kollektoren. So ähnlich ist es in Clojure auch. Okay, ja, wenn ihr euch mal so Talks anguckt von Rich Hickey und den anderen Größen in der Clojure-Community, dann werdet ihr sehen, Simplicity spielt da immer eine ganz große Rolle. Und dieses Wort hat auch eine Definition, das wird also gerne immer am Anfang definiert, was denn damit eigentlich gemeint ist. Also was bedeutet es, wenn etwas komplex ist? Komplex bedeutet, dass man mehrere Dinge miteinander verheiratet oder verknotet, sodass ich sie nicht mehr alleine verwenden kann. Und jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das auf Deutsch sage. Einfach, genau. Also komplex heißt sozusagen mehrfach, wenn man so will, und simpel heißt einfach. Tatsächlich ist der Wortstamm so definiert. Okay, das heißt, ich sollte eigentlich relativ objektiv beurteilen können, ob etwas einfach ist oder verknotet mit was anderem. Während ob etwas leicht ist, das hängt extrem davon ab, was ich schon kenne. Also wenn jetzt jemand Lisp schon kennt, guckt er sich Clojure an und sagt, das ist ja total leicht. Jemand, der sonst nicht so viele Runde Klammern tippt, der sagt erstmal, was ist das denn? Das ist ja total schwer. Okay, mal ein Beispiel für Komplexität in diesem Wortsinne. Wenn ihr zum Beispiel in Java oder anderen Programmiersprachen sagt, ich habe irgendeine alte Klasse und ich will, dass eine neue Klasse davon erbt, dann kriegt ihr zwei Dinge auf einmal. Ihr kriegt einmal diese Code-Vererbung, also ihr kriegt die Zustandsfelder geerbt und ihr kriegt die Methoden geerbt. Und ihr kriegt Polymorphie. Das heißt, ihr könnt sagen, eine Variable vom Typ old initialisiere ich mit einem Objekt der Klasse new und kann dann Polymorph-Methoden darauf aufrufen. Das kriegt ihr immer beides im Gesamtpaket. Das könnt ihr nicht voneinander trennen in Java. Jein, also bei Klassen kann man es nicht voneinander trennen. Bei Interfaces kann man das ein bisschen trennen. Früher waren Interfaces tatsächlich ja nur für Polymorphie. Ihr könnt also nach wie vor keine Zustandsfelder an Interfaces definieren. Methoden kann man mittlerweile in Java-Interfaces definieren. Aber der Grundgedanke war früher eigentlich immer, ich will Polymorphie haben und keine Vererbung. Okay, und mal ein Beispiel für genau das andere. Also wenn ihr in C++ könnt ihr nicht nur normal erben, sage ich mal in Anführungsstrichen, sondern auch privat. Und dann kriegt ihr nur den Code vererbt, aber keine Polymorphie. Das mal als Beispiel, weil das für euch gar nicht so vorstellbar ist. Es gibt so ein klassisches Beispiel, dass man sagt, ich habe einen zweidimensionalen Punkt. Und da habe ich mir schon ganz viel Mühe gemacht, ein X und ein Y hinzuschreiben und ein Getter und ein Zter und so. Das will ich in einem Punkt 3D nicht nochmal hinschreiben müssen. Also erbe ich einfach davon. Ich kriege also die ganze Implementation quasi schon geschenkt und füge einfach noch ein Z hinzu. Das ist also Inheritance. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, so ein Point 3D zu erzeugen und an eine Variable von Point 2D, also ein Pointer auf so eine Variable zuzuweisen, dann sagt mir das Typsystem, das geht nicht. Diese Typen haben nichts miteinander zu tun. Es ist also keine Polymorphie, kein Subtyping. Ich habe euch vorhin gesagt, ihr sollt in C++ kein New verwenden. Tatsächlich würde man das heutzutage eigentlich eher so machen. Aber auch das kompiliert nicht. Aber vielleicht zumindest für die Interessierten unter euch. Das ist also so ein Pointer, wie man ihn aus C kennt. Und wenn ich New sage, muss ich später von Hand Delete sagen. Hier sage ich, die Variable P würde jetzt die Ownership für den Point 3D übernehmen. Das heißt, wenn die Variable P stirbt, dann würde auch der Point sterben, auf den sie zeigt. Es sei denn, man hat die Ownership vorher an jemand anderen übertragen. Wenn einer von euch Rust kennt und Rust ist, das ist ja sogar Teil des Typsystems. Hier ist es einfach nur eine Library. Und wenn man sagt, ich will mehrere Variablen haben, die auf diesen Point sein, dann würde man einen Shared Pointer statt einen Unique Pointer nehmen. Und okay, ein C++-Programmierer tippt gerade was. Das finde ich natürlich spannend. Mal gucken, was er uns gleich noch zu sagen hat. So lange erkläre ich vielleicht dieses Diagramm. Also das ist immer so das Standarddiagramm, was Rich Hickey zeigt. Er sagt also, wenn man Vererbung hat und wenn man Polymorphie hat, dann ist das erstmal kein Problem. Es ist schön, dass es diese Dinge gibt. Man sollte sie nur nicht miteinander verknoten und sie untrennbar voneinander machen. Ich möchte sie mir einzeln rausnehmen können, je nachdem, wie ich sie brauche. Tatsächlich hat Clojure mehrere Ansätze für Polymorphie, aber keinen für Vererbung. Ganz spannend. Also Clojure ist auch einfach dann interessant, wenn ihr euch für Sprachdesign interessiert. Wie kriege ich eine Sprache möglichst simpel, orthogonal? Das ist schon ziemlich spannend. Der C++-Germinier sagt, die Smart Pointer waren ein Segen für C++. Ja, sehe ich genauso. Mittlerweile seit zehn Jahren in der Standardbibliothek. Vorher gab es sie aber auch schon in externen Bibliotheken. Okay. Ja. Jetzt wird eben behauptet, ich glaube, dieses Beispiel versteht jeder. Man hat ja also Inheritance und Polymorphie immer gleichzeitig. Das ist nicht simpel. Man kann das toll finden, aber es ist nicht simpel im Sinne dieser Definition. Und jetzt behauptet eben auch Rich Hickey, Wie ist es eigentlich mit Identität und Zustand? Also wenn man sich anguckt, was haben eigentlich, wie definiert man eigentlich Objekte in der Objektorientierung? Dann sagt man immer, die haben eine Identität, die haben einen Zustand, um sie haben Verhalten. Das sind ja eigentlich drei verschiedene Dinge. Und man kann zumindest die Frage stellen, könnte man das nicht auch irgendwie trennen? Oder welche Nachteile hättest du, das nicht zu trennen? Also zum Beispiel, in Java ist es eben nicht getrennt. Und deswegen hat man zum Beispiel zwei Vergleiche. Man kann entweder fragen, ist es dasselbe Objekt? Oder man kann die Equals-Methode entscheiden lassen, wie auch immer die dann eben implementiert ist, ob da irgendwas gleich ist. Und das, was ich da immer so ein bisschen schade finde, ist, wenn ich in unseren Unit-Tests Materialien vergleichen will, kann ich nicht einfach eine Assert Equals auf eine Expected Entity und eine Actual Entity loslaufen lassen. Weil die haben ja immer das Equals so implementiert, dass sie nur die ID vergleichen. Das heißt, ich muss stattdessen immer die ganzen Zutaten der Entity einzeln vergleichen. Sind die Namen gleich? Sind die Alter gleich? Sind die Wohnorte gleich? Sind die Postleitzahlen gleich? Finde ich ein bisschen schade. Also ich fände es schön, wenn das einfach so gehen würde, aber geht halt nicht. Okay. Ja, und dann ist auch die Frage, ich will eine Liste haben. Wenn ich jetzt Identität und Zustand in dieser Liste drin habe, dann habe ich wahnsinnig viele Knöpfe, an denen ich drehen kann. Ich könnte also erst mal sagen, ich will, dass diese Liste veränderlich ist, aber ich will zum Beispiel, dass sie im gewissen Sinne Thread-Safe ist. Ich will also zum Beispiel jede Methode synchronisieren. Dann habt ihr sowas wie diesen Java-Util-Vektor. Oder ihr sagt, ich brauche entweder gar keine Synchronisierung oder die Synchronisierung, die hier oben ist, ist nicht auf der richtigen Granularitätsebene. Ich will zum Beispiel über mehrere Methoden eine Klammer setzen können. Dann bringt mir diese Synchronisierung vom Vektor nichts. Dann könnt ihr zum Beispiel eine Array-List nehmen. Das ist so der Default in Java. Eine normale veränderliche Liste ohne irgendwelche Thread-Gedanken. Oder ihr könnt jetzt sagen, nee, ich habe schon ein Array und will eine Liste drumherum rappen. So ein View, der Änderungen des Arrays widerspiegelt und auch Änderungen am Array vornehmen kann. Wenn ihr also sagt, ich habe ein Array der Länge 3 und ich baue eine Array-List drumherum mit dem Arrays-as-List, das kennt ihr ja wahrscheinlich, dann könnt ihr an dem Array Änderungen vornehmen, aber ihr könnt nicht zum Beispiel Elemente löschen oder hinzufügen. Ja, weil Arrays können ja nicht in der Größe sich ändern. Eine weitere Möglichkeit, wie man Veränderungen einschränken kann. Was haben wir denn hier? Unmodifiable Random Access List. Ach so, das ist in den neueren Java-Versionen, wenn ihr sagt List.off zum Beispiel. Oder, nee, warte mal. Sorry, das kommt ja später. Sorry, ich verwechsel das gerade. Nee, das ist, wenn ihr sagt List.synchronizedList oder so ähnlich. Also es gibt in der List-Glass oder im List-Interface irgendeine statische Methode, die euch sagt, ich will eine bestehende Liste so rappen, dass ich sie nicht mehr ändern kann. Wie geht denn das nochmal in Java? Collections Unmodifiable List oder so ähnlich. Ja, ne? Genau, dann kommt eben so eine Collection raus, wo intern eine veränderliche List ist, aber ihr könnt sie mit dem Wrapper nicht mehr verändern, aber sie selber könnte sich noch verändern, weil jemand anders sie vielleicht noch kennt. Genau, und hier gibt es den Synchronisierungs-Wrapper. Das geht also auch. Der macht euch also quasi, wenn ihr einen Synchronisierungs-Wrapper auf die Array-Liste anwendet, dann habt ihr wieder sowas wie ein Vektor. Okay. Dann gibt es im Java-Util-Concurrent-Package eine Liste, die in einem anderen Sinn-Thread-Safe ist. Also hier habt ihr zum Beispiel die Garantie, wenn ich über diese Liste iteriere und währenddessen ändert ein anderer Thread die Liste, dann wird meine Iteration dadurch nicht beeinflusst. Das ist manchmal auch ganz nett. Da muss ich für Iterationen nicht irgendwie synchronisieren auf der Liste, sondern ich kann munter weiter iterieren, während jemand anders die Liste ändert, wenn das für den Anwendungsfeld gerade sinnvoll ist. Genau, und hier haben wir das, was in den neueren Java-Versionen drin ist. Also ich kann sagen, List.off123 und dann habe ich eine Liste, die wirklich unveränderlich ist, aber ich kann dann auch nichts, dann ist sie eben so, wie sie ist. Ich kann jetzt nicht sagen, ich brauche eine neue Version, wo noch eine zusätzliche Zahl drin ist oder so. Die ist also dann wirklich komplett eingefroren. Genau, und das ist auch ganz witzig. Die meisten Menschen, denen ist gar nicht bewusst, wenn ich auf einem Stream sage, Collect-to-List, was da eigentlich für eine Liste zurückkommt. Weiß das einer von euch? Nee, das ist die richtige Antwort. Ihr könnt das auch gar nicht wissen, weil in der Dokumentation steht drin, es ist unspezifiziert, was da für eine Liste drauf zurückkommt. Ob die synchronisiert ist oder nicht, ob die veränderlich ist oder nicht, wir definieren das nicht. Also es kann gut sein, dass ihr in eurem Programm Veränderungen an dieser Liste vornimmt und das wunderbar klappt und in drei Jahren mit einer neuen Java-Long-Term-Support-Edition auf einmal ändert sich das Verhalten und dann fliegen irgendwelche Exceptions zur Lauf. Das ist doch auch toll. Die Alternative wäre eben zu sagen, lass uns doch die Liste als Wert betrachten. Dann habe ich eigentlich nur noch eine Variante, die Liste als Wert. Okay, dann kommen jetzt eigentlich normalerweise zwei Einwände. Was mache ich denn jetzt aber, wenn ich die Liste ändern will? Dann würde ich sagen, du willst nicht die Liste ändern, sondern du brauchst irgendwie ein Identitätskonzept, um zu sagen, okay, ich habe irgendwie eine Identität. Diese Identität zeigt aktuell auf veränderliche Liste mit den Werten 1, 2, 3. Ich kann aber dafür sorgen, dass sie auf eine andere Liste zeigt mit den Werten 1, 2, 3, 4, 5 oder so. Die Identität kriegt man dann über eine weitere Abstraktion. Und die Frage ist, wie teuer ist das dann? Ist das nicht unfassbar teuer, solche Listen ständig zu kopieren? Also zum Beispiel so eine Copy-on-Write-Array, das ist sehr teuer. Also wenn ihr da eine Million Elemente drin habt und ihr wollt eine Liste haben, wo eins mehr drin ist, wird ziemlich lange dauern. Das ist mit den Listen von Clojure eben nicht so. Das hatte ich ja, glaube ich, schon erwähnt. Vielleicht überzeugen wir uns mal davon, weil man hat normalerweise so ein ungutes Gefühl, so eine unveränderliche Liste, das muss doch ineffizient sein. Da habe ich mal was vorbereitet. So. Zeitmessungen. Ich habe früher immer Zeitmessungen in Java gemacht, indem ich einfach System-Nano-Time aufgerufen habe. Einmal davor, einmal danach. Und dann habe ich die Differenz gebildet und dann kamen früher meist recht sinnvolle Zahlen raus. Und je fortgeschrittener Hotspot wurde, desto sinnloser wurden diese Zahlen einfach. Weil wenn ihr zum ersten Mal eine Java-Methode aufruft, dann dauert die sehr viel länger, als wenn ihr die vielleicht zum hundertsten oder tausendsten Mal aufruft. Weil Hotspot sagt, oh, das ist eine wichtige Methode. Dann übersetze ich die mal in nativen Code und schaue mal zur Laufzeit, wo da die Hotpaths sind. Und dann optimiere ich die nochmal weiter. Also es ist unheimlich wichtig, eine Methode nicht nur einfach einmal auszuführen. Und natürlich gibt es Frameworks für sowas, sogenannte, wie heißen es, JMH, Java Micro Harness, wo man also mit Annotationen um sich schmeißt, um sinnvoll solche Benchmarks ausführen zu können. Hier sage ich also zum Beispiel, ich will, dass du fünf Sekunden lang warmläufst, bevor du den eigentlichen Benchmark machst. Und die eigentliche Messung soll dann auch nochmal fünf Sekunden dauern. Und ich will das Ergebnis in Mikrosekunden sehen. Und so weiter und so fort. Okay. Ich hatte das hier damals gemacht, weil da die Frage war, wie schnell sind eigentlich irgendwelche Replace-Aufrufe mit regulären Ausdrücken und mit Strings und so weiter. Das ist jetzt hier vielleicht gar nicht so spannend. Okay. Ich würde also ganz gerne mal mit euch Benchmarken. Wie schnell ist eine Array-List im Vergleich mit den Listen da von Clojure? Dann nennen wir doch vielleicht mal diese Methode Array-List. Ich lösche jetzt mal vielleicht mal alles andere. Zack. Okay. Was machen wir denn da mal? Wir wollen vielleicht eine Array-Liste zurück. Array. Sorry, wenn ihr mich jetzt wieder nicht hört während ich tippe. Das tut mir leid. Schaut einfach mehr auf den Code. Ihr könnt ja Java lesen. Okay. Wie ist jetzt mein Plan? Lass uns doch mal erstmal eine Array-List erzeugen. Und das dann in eine Variable packen. Okay. Dann machen wir eine Vorschleife, die vielleicht, keine Ahnung, eine Million Elemente reintut. Lass uns das mal in eine Konstante packen. So. Und dann machen wir nochmal eine Schleife, die jetzt eine Million Elemente reintut. Und dann machen wir nochmal eine Schleife, die jetzt eine Million Elemente reintut. Okay. Und es ist unheimlich wichtig, dieses Result auch tatsächlich aus der Funktion zurückzugeben. Wenn ich jetzt einfach nur Void als Rückgabetyp hätte und hier nicht zurückgeben würde, dann würde Hotspot sagen, hm, du machst ja gar nichts mit der Liste. Ich lösche den Code. Ja. Also, JMH ist schon ziemlich cool. Okay. Einfach nur mal so, um so ein Gefühl zu kriegen, funktioniert das jetzt, was ich hier gebastelt habe? Wie sieht das aus, wenn ich so einen Benchmark laufen lasse? Hier wird jetzt unten gebildet. Das dauert jetzt ein bisschen. Okay. Okay. Jetzt seht ihr, hier kommen jetzt irgendwelche Warm-Up-Iterations, Mikrosekunden. Ich weiß gar nicht, ob die Einheit jetzt wirklich so sinnvoll ist, aber es ist ja letzten Endes auch wurscht. Genau. Und jetzt kommt hier die eigentlichen Iterationen. Okay. Und ihr seht zum Beispiel, dass die erste Warm-Up-Iteration, die also immer eine Sekunde lang durchgelaufen ist, doppelt so lange gedauert hat, wie dann am Ende die echten Messergebnisse. Also ihr seht, wahrscheinlich hätte auch eine Warm-Up-Iteration gereicht. Okay. Aber das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Gut. Dann machen wir als nächstes mal von Closure. So. Ich glaube, ich erzähle doch ein bisschen zwischendurch, weil auf der Aufnahme wird man das ja hören, auch wenn das für euch jetzt vielleicht blöd ist. Also Rückgabetyp nehmen wir Persistent Vector. Okay. Dann müssen wir uns... So. Das ist schon die erste spannende Stelle. Wir müssen uns jetzt keinen Vector erzeugen, der leer ist, sondern den leeren Vector gibt es schon. Das ist ein Vector.empty. Das ist überhaupt kein Problem, wenn ganz viele verschiedene Stellen im Code diesen leeren Vector verwenden, weil ändern können sie ihn ja nicht. Das ist so ähnlich wie der leere String. Da habt ihr ja auch keine Angst, den leeren String von mehreren Variablen zu referenzieren. Der wird sich ja nicht ändern. Das kann niemand den leeren String irgendwie nicht leer machen. Okay. So. Jetzt... Das ist auch interessant zu erzählen. Ich darf zwar diese Add-Methode theoretisch aufrufen. Warum? Weil Persistent Vector implementiert... Okay, dann passiert das irgendwie indirekt. Also indirekt implementiert ihr das Collection Interface von Java, damit man einfach Java interhauptmäßig sagen kann, okay, hier ist eine Java-Methode. Ich weiß, die nimmt irgendeine Collection oder eine Liste oder so entgegen. Ich weiß, die liest nur daraus. Dann will ich da auch so einen Vector reinstecken können. Deswegen aus pragmatischen Gründen ist das so. Aber die Add-Methode schmeißt zum Beispiel eine Exception. Da können wir mal ganz kurz reingucken. Genau, ne? Throw new unsupported operation exception. Das würde also nicht funktionieren. Wäre ja auch irgendwie komisch, wenn man eine unveränderliche Liste verändern könnte. Stattdessen nehmen wir die Cons-Methode. Diese Methode nimmt keine Änderung vor, sondern sagt, ich baue einen neuen Vektor basierend auf diesem Vektor, der auch noch am Ende zusätzlich diesen leeren String hat. Und natürlich muss ich damit im Ergebnis was machen. Ich muss es zuweisen. Sonst würde das einfach verschwinden. Genauso, wenn ich zum Beispiel sagen würde, String Variable S. Wenn ich jetzt sage, S concat high, dann würde das auch einfach verschwinden. Und IntelliJ IDEA sagt mir sogar, was du da machst, ist sinnlos. Result of String conquered is ignored. Das ist also typisch für die Art der Programmierung, mit der wir uns hier gerade so beschäftigen. Man muss mit dem Ergebnis irgendwas machen. Sonst war das ja umsonst, dass wir das gemacht haben. Also zum Beispiel wieder zuweisen. Und das ist hier unten genauso, nur dass der Compiler nicht schlau genug ist, das zu verstehen, dass es notwendig ist. Okay. Ja, jetzt wollen wir mal kurz überlegen. Was sind denn das jetzt hier eigentlich? Was sind das? Mikrosekunden? Mikrosekunden. Was sagt uns denn jetzt eigentlich dieses Ergebnis? Sind das dann 13 Millisekunden? Ja, es dauert also 13 Millisekunden, in eine Arraylist eine Million Elemente einzufügen. Okay. Ja, das heißt, was wir also hier machen, ist, wir machen aus einem leeren Vektor einen Vektor mit einem Element, dann einen neuen Vektor mit zwei Elementen, einen neuen Vektor mit drei Elementen, und so weiter bis eine Million hoch. Da könnte man sich die Frage stellen, ob das heute überhaupt fertig wird. Können wir mal gucken. Wir führen es wieder aus und ich hoffe mal, dass auch tatsächlich beide findet. Das ist möglicherweise wieder der erste. Das scheint unsere Arraylist zu sein. Mal gucken. Aha. Gut. 26 statt 13. Okay. Es ist also ungefähr halb so schnell oder doppelt so langsam, je nachdem, wie man das ausdrücken will. Und das finde ich schon ziemlich erstaunlich. Also hier sieht man es nochmal zusammengefasst, ungefähr 13 und ungefähr 26. Ihr kriegt jetzt also dieses Tool an die Hand zu sagen, ich habe komplett unveränderliche Listen, die können auch riesig werden, Millionen von Elementen, und sie sind nur in Anführungsstrichen halb so schnell. Finde ich schon erstaunlich, weil man muss sich ja die Frage stellen, wie ist denn das dann gebaut? Also es kann ja nicht einfach nur eine Arraylist sein, die man jedes Mal komplett kopiert. Da muss irgendwie was Schlaueres dahinter stecken. Tatsächlich habe ich gleich noch eine Grafik dazu. Es ist einfach eine intelligente Baumstruktur. Schauen wir uns gleich noch an. Aber man könnte noch einen Einwurf machen. Warte mal ganz kurz, Fred. Diese ganzen temporären Zwischenergebnisse, die du hier berechnest, also ein Vektor mit einem Element, mit zwei, mit drei, die interessieren ja letzten Endes eigentlich gar keinen. Du baust jetzt hier eine Million verschiedene Vektoren, und dabei interessiert mich ja eigentlich nur das Endergebnis. Also es wäre ja eigentlich gar nicht so schlimm, wenn innerhalb dieser einen Methode wir irgendwas Veränderliches hätten, weil das sieht ja eh niemand. Das interessiert ja eigentlich nur, dass das Endergebnis unveränderlich ist. Hm, was machen wir denn da? Wir gucken mal kurz. Wir kopieren nochmal diesen Benchmark. Und ich glaube, ich kommentiere jetzt mal den Java-Benchmark aus und den hier auch, weil wir wissen ja, das sind ungefähr 13, das sind ungefähr 26, das ist glaube ich einfach nicht so lange gedauert. Und dann zeige ich euch jetzt mal so ein Hilfsmittel, der sogenannte Transient Vektor. Das ist also eins der Features, was in Clojure 1.1 oder 1.2 dazu kam. Da sage ich jetzt also, ich will eine temporär veränderliche Variante dieses Persistent Vektor haben. Dann stimmt natürlich der Variablen-Typ nicht mehr. So, das ist jetzt ein Transient Vektor. Und da heißt das Ding jetzt auch nicht mehr Cons, sondern ich glaube, es heißt Cons. Genau. Und dann muss ich am Ende sagen, jetzt will ich wieder eine persistente Variante davon haben. Gucken wir mal ganz kurz. Wir lassen es schon mal im Hintergrund laufen, bevor wir versuchen zu verstehen, was passiert, einfach um die Zeit besser zu nutzen. Ich kann also jederzeit sagen, das geht nun nicht nur mit leeren Vektoren, sondern auch so. Ich kann sagen, ich brauche jetzt eine temporär veränderliche Variante und am Ende mache ich sie wieder persistent. Ach, das ist sogar schneller als die Java-Version. Wollen wir mal ganz kurz. Vielleicht sollte ich doch beide ausführen. Nicht, dass ich jetzt irgendwelche komischen Effekte habe, dass es nur deswegen schnell ist, weil es der einzige Benchmark ist. Ich will euch jetzt ja hier nicht irgendwie beschummeln. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, Zwischenfrage, während die Benchmarks laufen. Ah, du fragst dich gerade um die Richtung. Also ich habe es jetzt nur erzählt, dass wir von Clojure aus Java-Code aufrufen können mit einer speziellen Syntax, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Genau. Genau, also Clojure, und du fragst jetzt nach der Gegenrichtung. Clojure ist also im Prinzip einfach nur ein Java, was du dir von Maven holst. Und die ganze Standardbibliothek von Clojure, also die ganzen Sammlungen, die sind alle in Java gebaut. Das ist also jetzt ein Vorteil, den wir hier haben. Also wenn die Sammlung in Clojure gebaut wäre, dann wäre es wahrscheinlich nicht so einfach, das zu benutzen. Aber das Fundament von Clojure ist in Java gebaut. Also der Compiler ist in Java gebaut, der Reader ist in Java gebaut, die Sammlungen sind in Java gebaut. Und darauf aufbauend gibt es dann den Teil der Standardbibliothek, der in Clojure gebaut ist. Zum Beispiel das Macro-Or, was ich euch vorhin gezeigt hatte. Aber die absoluten Basics, also der Rejiki musste ja mit irgendwas anfangen. Und alleine das Kompilieren von Clojure braucht schon solche Vektoren, weil die Vektoren ja einfach in der Syntax auftauchen. Und deswegen musste er die in Java bauen. Und deswegen können wir sie auch einfach aus Java heraus verwenden. Nee, wir schreiben ganz normalen Java-Code. Du siehst ja an den geschweiften Klammern und Semikola, das ist Java-Code, der einfach nur die Standardbibliothek, den Teil der Standardbibliothek von Clojure verwendet, der in Java implementiert ist. Also Persistent Vektor ist einfach nur, wenn man in die Imports guckt, ach so, haha, ich habe mich in das Package Clojure lang reingeschummelt. Also das ist, kann man auch einfach reingucken, das ist einfach im Package Clojure lang, einfach eine ganz normale Java-Klasse, die eben schön schlau gebaut ist. Ja, genau. So, was haben wir denn jetzt hier für Messergebnisse? Also eine Arraylist mit einer Million Elemente zu befüllen, dauert ungefähr zwölf Millisekunden. Und so einen unveränderlichen Vektor zu befüllen, der zwischendurch veränderlich ist, ist sogar schneller als die Arrayliste. Ja, ich will euch hier nichts verkaufen, kann nichts dafür, es sind nur die Messergebnisse. Ja, wie machen wir jetzt die Java-Version schneller? Ist ja logisch. Wir sagen einfach von vornherein, wir wissen ja, dass wir eine Million Elemente haben. Dann ist es natürlich unschlagbar schnell. Okay, wenn man das vorher weiß, klar. Manchmal weiß man das aber eben nicht. Und dann muss man eben keine Angst haben, dass die unveränderliche Variante... Guck mal, jetzt sind wir hier so im Bereich 10. Was hatte der andere? War der auch so bei 10? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ach so, ich hätte jetzt eigentlich eher erwartet, dass das Java deutlich schneller ist. Zwölf, ja. Ist gar nicht so krass viel schneller. Vielleicht ist es jetzt eher Memory-Bound statt CPU-Bound. Ich weiß es nicht. Also es sind vergleichbare Zahlen. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was ich euch verkaufe. Es sind vergleichbare Zahlen. Manchmal ist es vielleicht doppelt so langsam. Manchmal ist es vielleicht sogar ein bisschen schneller. Aber das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, man muss keine Angst davor haben zu sagen, ich kann Clojure nicht verwenden, weil die Datenstrukturen zu langsam sind. Okay. Gut. Zum Thema Benchmarking. Ziemlich relevant. Vielleicht ist das ja für euch auch schon ein Stein des Anstoßes. Mal Java-Kurz zu Benchmarken bei euch. Okay. Ja, wenn man sowas gesehen hat, dann denkt man natürlich auch, gibt sowas nur in Clojure? Nö. Es gibt auch andere Java-Bibliotheken, wo ihr dann auch eine generische Sammlung habt. Zum Beispiel Waver hat auch solche Vektoren. Also das ist jetzt nichts, was es nur in Clojure gibt. In Scala wurden die adoptiert. Und noch in ein, zwei anderen Sprachen. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Aber es war damals eine Revolution im Jahr 2007. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Also wenn man jetzt Listen hat, die tatsächlich veränderlich sind, muss man sich eigentlich immer, wenn man so eine Liste an eine Methode übergibt oder aus einer Methode zurückgibt, die Frage stellen, oder man sollte sie sich eigentlich stellen, muss ich die jetzt defensiv klonen. Entweder, weil ich weiß, dass sie jetzt intern verändert wird und das soll außen nicht sichtbar sein. Oder ich habe vielleicht Angst, dass sie jemand jetzt gerade verändert oder später mal in einer späteren Version der Software. Also ich muss mir einfach immer die Frage stellen, will ich wirklich, dass es dieselbe Sammlung ist, die da reingereicht wird oder soll es eine Kopie sein? In der Praxis stellt man sich diese Frage nicht. Aber eigentlich müsste man sie sich stellen. Genau. Und sobald man dann von verschiedenen Threads auf solche Sammlungen zugreift, wird es sehr schnell sehr haarig. Okay. Gut. Es gibt ein ziemlich populäres Paper in der FP-Community. Da wird etwas vorgeschlagen, das nennt sich EGAL. Das klingt jetzt für den Deutschen ziemlich komisch. Das geht also um die Gleichheit. Und nicht, dass mir etwas am Hintern vorbeigeht. Wo man gesagt hat, wie definiere ich Gleichheit denn sinnvoll? Also wenn ich sage, ich habe ein eigenes Konstrukt für die Identität und ein eigenes Konstrukt für meine Werte, dann kann ich doch einfach sagen, Werte werden immer per Wert verglichen und Identitäten werden immer per Identität verglichen oder per Referenz sozusagen. Zeige ich euch das mal hier so ein bisschen konkret, wie das in Closure funktioniert. Man sagt also, eine Identität, das ist jetzt hier sehr abstrakt dargestellt, ist eigentlich nur eine zeitliche Sequenz von unveränderlichen Werten. Am Anfang eine Liste mit vielleicht vier Elementen, später hat man eine Liste mit fünf Elementen, später eine Liste mit sechs. Das sind jedes Mal andere Listen, neue Listen. Ich kann jetzt aber sagen, ich will im Verlauf des Programms trotzdem einen Zugriff haben, was auch immer dann gerade der aktuelle Zustand eben ist. Aber ich will einen Namen dafür haben oder irgendeine Abstraktion. Okay, und wie komme ich von einer Version meines Wertes zur nächsten Version? Ich nehme eine pure Funktion. Also das heißt, ich habe irgendeine Funktion, wie zum Beispiel dieses Cons, wo ich also eine Liste und ein Element reinstecke und es kommt eine neue Liste raus und das kann ich nochmal machen und nochmal und so weiter. Okay, und der Vorteil ist, ich kann mich jetzt entscheiden, will ich als nebenläufiger Beobachter, in Anführungsstrichen, interessiere ich mich für einen konkreten Wert, weil ich vielleicht in einer Vorschleife darüber schleife und irgendwas verarbeiten will und ich will nicht, dass während der Vorschleife auf einmal ein anderer Wert da ist. Dann kann ich mir also direkt den Wert angucken. Oder ich sage, nö, ich habe so eine längerfristige Referenz auf die Identität an sich und ab und zu gucke ich mal nach, was denn jetzt gerade der aktuelle Wert ist, je nachdem, was mich gerade interessiert. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, sollte gleich noch, ja, jetzt eigentlich sofort klarer werden. Carroll ist so ein kleiner Roboter, der läuft durch die Welt, nimmt Diamanten auf und legt sie woanders wieder ab. Oder zum Beispiel gibt es auch interessantere Rätsel, wo er zum Beispiel den Weg durch ein Labyrinth sich bahnen soll und am Ende bei so einem Diamanten ankommt. Und in diesem System ist es halt so, da läuft im Hintergrund so eine Simulation, da muss ja sicherlich irgendwie, ja, Quelltext gepasst werden in irgendein Zwischenformat, das wird dann interpretiert, das sorgt dafür, dass sich irgendwas ändert, dass also der Roboter seine Position wechselt oder seine Drehrichtung oder was auch immer. Oder dass in der Welt Diamanten, ich kann auch Diamanten hinzuschummeln oder wegklicken. Da läuft also so eine Simulation, die so ein Programm ausführt, das Carroll durch die Welt steuert und ich sehe natürlich auch seine Welt. Hier seht ihr sie, deswegen wollte ich das Programm einmal starten. Okay. Und jetzt ist die Frage, wie soll also diese Swing-Komponente mit dieser Welt umgehen und wie soll diese Simulation mit dieser Welt umgehen und soll, wenn diese Simulation nebenläufig läuft und das war früher tatsächlich der Fall, weil ich keine schlauere Implementation gefunden hatte, soll während diese Welt gemalt wird, die Simulation zum Beispiel blockiert werden. Soll also erst mal hier alles gemalt werden und dann sagt die GUI, okay, ich habe es jetzt gemalt, die Simulation darf weiterlaufen. Oder passiert es vielleicht manchmal, dass die Simulation sagt, hey, ich würde jetzt gerne die Welt malen und die Simulation sagt, nee, sorry, ich bin gerade dabei hier, was zu ändern, du musst dich noch einen kleinen Moment gedulden. Genau. Das wäre also das Prinzip mit Locking. Wenn ein Thread zeichnet und der andere simuliert, dann muss man irgendwie locken, synchronisieren. So. Sonst kommt es eben zu merkwürdigen Effekten, dass Carroll manchmal sich gar nicht bewegt und auf einmal dann hier ist, weil der Visualisierung-Thread nichts von den Änderungen gemerkt hat. Diese typischen Probleme mit dem Memory-Model halt. Okay. Also. Wo ist jetzt wieder mein Vorliensatz? Genau. Früher war es also tatsächlich so gebaut. Ich habe hier meine Swing-Komponente. Die hat eine Referenz auf eine veränderliche Welt. Und in dieser veränderlichen Welt ist gespeichert, welche Diamanten gibt es und wo steht Carroll und in welche Richtung guckt er. Ich glaube, irgendwie so. Das wird hier alles kodiert in zwei Longs. Also man Implementationsdetail ist nicht wichtig. Wichtig ist zu verstehen, das ist eine klassische, veränderliche Welt und diese Variablen können beliebig mutiert werden. Okay. Wird also hier aus dem Swing-Event-Dispatch-Thread gezeichnet. Und diese virtuelle Maschine hat auch eine Referenz auf diese veränderliche Welt und nimmt daran halt regelmäßig Änderungen vor. Und es war tatsächlich so, dass auf einem gewissen Laptop mit einem gewissen Betriebssystem, wenn der Beamer angeschlossen war im Vorlesungssaal, hat Carroll sich manchmal komisch verhalten, weil ich einfach nicht korrekt synchronisiert hatte. Okay. Und da habe ich zufällig in dem Moment, hatte ich Clojure entdeckt und dachte so, ich kann das ja mal auswählen, ob dieses Modell irgendwie für mich irgendwie trägt in so einem Mini-Beispiel und habe das einfach mal gemacht. Habe gesagt, ich trenne jetzt also die Identität der Welt von dem Zustand der Welt oder von dem aktuellen Wert der Welt und baue es jetzt mal so, dass die Welt unveränderlich ist. Diese Werte sind jetzt also nicht mehr rot, sondern schwarz. Das heißt, die Welt ist ein Wert. Ich kann diesen Wert referenzieren und weiß, dieser Wert wird sich niemals ändern. Okay. Das heißt zum Beispiel, innerhalb der Paint-Methode meiner Swing-Kommandante kann ich sagen, okay, hier, das ist die Welt, wie sie aktuell ist. Ich kann munter darauf loszeichnen und trotzdem kann die virtuelle Maschine im Hintergrund weiter an der Simulation rumsimulieren. Es kann ja sein, dass die Simulation viel schneller ist als das Zeichner zum Beispiel. Okay. Aber wie komme ich denn an diesen aktuellen Wert? Ich muss einmal diese Identität fragen, gib mir mal den aktuellen Zustand. Gucke ich in der Identität nach, okay, was ist der aktuelle Zustand? Wir referenzieren gerade diese Welt, gebe ich hier zurück, können wir uns merken. Super. Kann ich jetzt also hier diese Welt malen, ohne dass mich jemand beeinflusst. Okay. Und hier in dieser virtuellen Maschine, was muss ich da machen? Ich muss dieser, ja, was man jetzt nicht machen sollte, ist zu sagen, ich hole mir mal den aktuellen Wert, referenziere dann den aktuellen Wert, rechne einen neuen Wert aus und stopfe den dann wieder in die Identität rein. Warum sollte man das nicht tun? Weil es könnte ja sein, während ich auf dieser Welt rumrechne, dass jemand anders auch sich für eine neue Welt entschieden hat. Das kann ja parallel durchaus passieren, indem ich zum Beispiel auf der UI rumklicke in der Welt und Diamanten setze. Man sollte also nicht einfach Getter-Setter-mäßig mit so einer Identität arbeiten. Getter ist kein Problem. Setter wäre ein Problem im Multi-Threading-Szenarien. Deswegen sagt man stattdessen, deswegen nenne ich das auch gerne Managed Mutation, diese Identitäten haben spezielle Methoden, zum Beispiel in der Java-Welt, wo ich sagen kann, liebe Identität, hier ist eine Methode, führe diese Methode bitte aus, gib ihr die aktuelle Welt, die du erkennst, als Parameter und du wirst dann irgendwann ein Ergebnis kriegen und wenn sich in der Zwischenzeit an diesem Wert nichts geändert hat, dann übernimm das bitte als neuen aktuellen Wert, als neuen aktuellen Zustand. Falls in der Zwischenzeit jemand anders schneller war, dann musst du bitte diese Methode erneut ausführen. Und das ist wirklich in Java eingebaut, dass diese Funktion, könnt ihr euch angucken, diese Funktion heißt Update and Get. Das ist sozusagen das Präfix-Inkrement. Es geht jetzt auch anders um Get and Update. Was steht denn hier? Atomically updates the current value with the results of applying the given function returning the updated value. The function should be side-effect-free, das klingt ja auch schon sehr funktional, since it may be reapplied when attempted updates fail due to contention among threads. Okay, cool. Das heißt also, darum kümmert sich diese Identität schon selber. Ich muss also nicht an allen Stellen selber dafür sorgen, dass es einen sinnvollen Gewinner gibt und dass die Verlierer das nochmal probieren. Das ist hier einfach schon reingekapselt. Okay, das müssen wir uns mal ganz konkret angucken, glaube ich. Ich sehe schon in euren Gesichtern, das ist ja alles sehr abstrakt. Schauen wir uns das doch mal konkret an. Ja, wie sieht denn unsere Welt überhaupt aus? Heißt sie noch Carol World oder habe ich das irgendwann mal geändert? Carol World. Da habe ich das falsch getippt. Okay, sie heißt irgendwie anders. Wie heißt sie? Einfach nur World. Okay. Ach, Carol war der Paketname. Weiß ich nicht mehr genau. Okay. Das ist jetzt nicht Java, sondern eine andere Programmiersprache. Ist nicht schlimm. Okay, also wie ist so eine Welt aufgebaut? Wir haben also hier ein unveränderliches Zustandsfeld vom Typ Long und noch ein unveränderliches Zustandsfeld vom Typ Long. Das wird hier reingereicht und dann haben wir hier noch einen unveränderlichen Floorplan. Das ist einfach nur, wo die Wände in der Welt sind. Wände erinnert sich ja grundsätzlich nicht. Okay. Unveränderliche Longs. Das sind also nicht irgendwelche Referenzen auf Objekte, sondern das ist tatsächlich so, wenn ich also diese Welt instanziere, dann ist die für immer, für alle Zeiten unveränderlich. Was machen denn dann die fachlichen Methoden an dieser Welt? Also wenn man mal ganz kurz guckt, es gibt doch hier bestimmt sowas, irgendwas, was was ändert, in Anführungsstrichen. Nehmen wir mal Drop Beeper zum Beispiel. Was macht das denn? Okay, der droppt den Beeper an einer bestimmten Position. Was bedeutet das? Aha, ich erzeuge eine Kopie dieser Welt. Ich erzeuge eine Kopie dieser Welt. Was da jetzt genau passiert, ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Aber es wird eben nicht das aktuelle Objekt verändert, sondern ein neues Objekt erzeugt, was ein bisschen anders ist als das aktuelle Objekt. Und diese Kopien sind extrem billig, weil es sind ja nur zwei Longs, die kopiert werden, plus eine Referenz für den Floorplan. Also diese Arithmetik hier müsst ihr jetzt nicht verstehen. Wichtig ist, dass ihr versteht, das ist keine Void-Methode, sondern eine Funktion, seiteneffektfrei, die eine neue Welt zurückliefert. Okay, das ist also der Wertteil sozusagen. Wo ist jetzt die Identität? Hm, wo wird denn diese Drop-Beeper-Methode zum Beispiel aufgerufen? War die ganz unten? Da. Wer ruft die denn auf? Das passiert tatsächlich nur aus der Virtual Machine. Ich hätte jetzt spontan erwartet, dass das aus der UI passiert. Eigentlich aus der UI wird direkt die Drop-Beeper-XY-Methode aufgerufen, weil ich da ja eine bestimmte Position klicke. Okay, dann gucken wir mal kurz, wie ist das hier? Wie sieht das hier aus? Okay. Gut, wir haben also hier unsere Identität, die heißt Atomic World. Die gucken wir uns einmal ganz kurz an. Das ist eine Atomic Reference of World. Hier sieht man also wunderbar diese Trennung zwischen Identität und Wert oder Zustand. Das hier ist also der Wert oder der aktuelle Zustand und das hier ist unsere Identität. Gut. Und dann sagen wir diese Atomic World, ich möchte, dass du folgende Methode auf die aktuelle Welt anwendest und die neue Welt, die da zurückkommt, die sollst du bitte verwenden, es sei denn zwischendurch war jemand anders schneller. Ich hoffe mal, das ist erstmal einigermaßen nachvollziehbar, dieses Modell. Man kann sich auch angucken, wie das gebaut ist. Das sind irgendwelche Low-Level, We-Compare-In-Set-Volatile, irgendwas, was man selber nicht bauen will. Kann man sich gerne mal in Ruhe angucken. Das ist ja auch eine lustige Vorschleife, das habe ich auch noch nie gesehen. Also man hat einen Schleifenzähler, aber keine Bedingungen und kein Update. Okay. Kann man sich mal in Ruhe angucken. Das ist genau die Funktion, die ich eben auf den Folien hatte. Das muss in der Schleife sein, weil es ja sein könnte, dass zwischendurch jemand anders schneller war. Dann müssen wir es halt nochmal machen. Okay. So würde dieses Modell funktionieren. Okay. Gibt es zu diesem Modell Fragen? Also für mich war einfach der konkret, also ich wollte es einfach mal ausprobieren, dieses Modell, an einem Beispiel, was ich bereits kenne und wo ich weiß, aktuell gibt es ein Problem und ich wollte jetzt nicht in diesen Locking-Synchronized-Weg runtergehen. Ich wollte einfach mal einen neuen Weg beschreiben und habe das einfach mal ausprobiert. Und ich habe seitdem auf keinem Laptop mit keinem Betriebssystem und keinem Beamer mehr Probleme gehabt mit der Anzeige. Mittlerweile läuft die Simulation im UI-Thread, da hätte ich dann eh keine Probleme mehr, aber ich fand das Modell so schön, dass ich es beibehalten habe. Frage, ja. Die Queue, du glaubst wahrscheinlich, dass es eine Queue ist, weil das hier so aussieht, wie alle Werte sind in der Identität drin. Das ist jetzt erstmal nur ein konzentriertes Diagramm. Diese Atomic Reference hat tatsächlich immer nur einen Zustand gleichzeitig. Das ist erstmal keine Queue. Aber ja, da du die Frage gestellt hast, wie muss ich mir das grafisch vorstellen, dass da jemand zwischendurch kommt und mir dazwischen grätscht. Dazu habe ich hier eine geklaute Grafik. Hier haben wir es. Das ist sogar hier auch eine Atomic Reference. Also, Ausgangszustand. Wir sind gerade im Zustand Version 2. Okay. Und jetzt kommen zwei Threads gleichzeitig und rufen dieses Update in Get auf mit ihrer eigenen F-Funktion. Der erste Thread, da ist die vielleicht nicht besonders teuer, die Funktion, oder aus irgendeinem zufälligen Grund, ist als erstes fertig. Der liefert jetzt die Version 3 zurück und jetzt sagt die Identität, ich gucke mal ganz kurz, sind wir noch in der Version 2? Ja, sind wir. Dann darf ich die Version 3 übernehmen. Zwischendurch war nichts anderes da. Okay. Und der andere Thread, der wird jetzt, da wird jetzt das Update in Get sagen, Moment mal, als ich mit meiner V-Schleife losging, waren wir noch auf Version 2. Jetzt sind wir aber schon auf Version 3. Dann ist es ja nicht sinnvoll, die Version 4 zu übernehmen. Die basiert ja gar nicht auf der Version 3. Deswegen wird er jetzt automatisch nochmal von der Version 3 aus diese Funktion aufrufen. Und den Wert dann übernehmen.